Willkommen zurück in Silent Hill 4 The Room. Ja, und da sind wir wieder in unserem gefangenen Apartment. Leider müssen wir nochmal wieder zurück, habe ich leider festgestellt. Also, ich hatte ja das letzte Mal... Hallo, Herr Hausmeister, oder ist das jetzt der Nachbar? Der Nachbar hier von gegenüber da. Ja, da waren wir im Wassergefängnis. Natürlich waren wir im Wassergefängnis, da sind wir noch nicht durch gewesen. Dachte ich eigentlich. Er rennt jetzt eigentlich wieder weg. Er sitzt ja irgendwie immer da und dann ist da hektisch irgendwas und dann... Na, ist auch egal. Wir haben den Gefangenen freigelassen, aber wir haben irgendwie... Noch nicht diese Linie gemacht gehabt, dass es alles auf einer Linie ist, sodass wir dann eventuell wahrscheinlich zur Küche kommen. Also, der Sinn der Sache war eigentlich, dass wir in die Küche wollten, damit wir auch diesen Code eingeben können, den ich ja rausbekommen hatte. Jetzt sind wir leider hier unten auch wieder rausgekommen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier raus, beziehungsweise hoch. Obwohl es vielleicht gar nicht schlecht, dann kommen wir noch schneller vielleicht hoch und raus. Weil wenn ich außen lang gehe, komme ich schneller wieder in diesen gruseligen Raum. Ich habe gerade überlegt, wie komme ich da jetzt eigentlich nochmal hin. Also, wir sind... Ich habe es leider doch noch nicht geschafft, dass ich hier rauskomme. Geh mal hier hoch. Und dann laufen wir hier zurück. Och, lecko Minio, ey. So, jetzt bin ich hier. Genau, jetzt gehst du mal hier raus. Und dann gehen wir nochmal raus. So, jetzt laufe ich einfach mal los. Ist ja egal, Hauptsache, wir kommen wieder in so ein Rutschloch. Ich muss sowieso runterrutschen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der kompliziertere Weg ist oder ob es noch einen besseren gibt. Och, lasst mich doch alle mal in Frieden. Ja, ja. Nur bis zur nächsten Tür, Leute. Bis zur nächsten Tür. Komm, jetzt lasst es doch mal sein. Ist gut jetzt. Und jetzt... Matsch... Die Matschis hier. Genau, und war das nicht so... Ja. Ja, jetzt kann ich hier irgendwo... Lüßig reinlaufen. Seid ihr hier wieder da? Ja. Ja. Es war ja so klar, dass nicht mal einer kriegt. Hier der Große. Und der auch. Alle weg. So, ist jetzt hier auch ein Loch? Oder ist jetzt hier zu? Ja, weil hier ist nämlich ja der andere Stock, ne? Hier kann ich nirgendwo eigentlich rein. Oder kann ich irgendwo rein, wo ein Loch ist? Wo muss ich denn dann hin? Ich muss noch 3F. Och, wie ätzend. Och, wie ätzend. Ja, muss ich ja nochmal raus jetzt. Och, Leute, nee. 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 Lasst mich in Frieden. Ja, hier durch. Genau. Super. Das klappt ja wie am Spiebchen. Matschi, patschi, patschi, matschi. Natürlich nehme ich eine Tür, wo kein Loch ist. Ja. So, hier springen wir jetzt mal rein. Runter. Und wieder runter, damit wir ganz unten ankommen und so. Und ja. Hm, ja. Gruselige Sachen, die hier stehen. Äh. Kannst du jetzt nicht noch weiter runter? Nee, hier war gar kein Loch, ne? Bin ich jetzt wieder unten? Hä? Ich will noch weiter jumpen. Jetzt muss ich ja wieder nach oben laufen. Oh, nee. Ich muss durch. Oh, nee. Das ist ja jetzt hohl gelaufen. Oh, wo kommen die denn jetzt nochmal her? Oh. Ich muss hier raus. Ich muss wieder nach oben. Das war jetzt echt doof. Da. So. Ja. Haha. Hier wird doch wieder rein. Und dann nehmen wir mal direkt die eine, ne? Nee, die war es auch nicht. Wie ist es denn? Ich bin doch mal gar nicht so weit gelaufen. Hier. Das müsste doch richtig sein, ne? Warte mal. Ich muss das nochmal kontrollieren. Jetzt hier reinspringen. Dann kommt er... Weiß ich nicht, worunter. Passt das oder passt... Oh, ich probiere es jetzt aus. Das war doch immer nicht weit. Das war doch immer eins der ersten Löcher, was ich genommen habe. Und dann... Wieder falsch. Nicht wieder hier unten. Hä? Wie habe ich das denn gemacht? Ich will da unten. Durch die Löcher springen. Gibt's doch nicht. Ich weiß, warum das nicht klappt. Weil ich habe die Räder doch gedreht. Oh, nee. Ich habe die Räder doch gedreht. Ich glaube es nicht. Wie mache ich denn das dann? Äh... Kaputt. Kaputt. Finde ich jetzt hier irgendwo ein Loch? Wo ich rei... Nein, das ist alles zu. Ich muss das irgendwie drehen können. Aber wie komme ich denn da unten hin? Verdammt, ich noch eins. Jetzt bin ich hier völlig... Völlig verwirrt. Ganz ehrlich. Jetzt habe ich das gedreht. Und nun? War ja klar. Die sind so gruselig. Kaputt. Die kommen ja auch immer wieder, leider. So. Dann gehen wir hier raus. Keine Lust mehr auf euch hier. Komm schon. So. Ja, ich kann ja nur wieder dann runterlaufen und hoch und kann ich hier irgendwo durch, wo ein Loch ist? Wie mache ich denn das? Wie komme ich hier hin? Hier möchte ich hin, in B1. Ach, Moment mal. Er kann außenrum da durch und wir haben die Tür aufgemacht. Also können wir jetzt von außen da irgendwie hinlaufen. Das muss irgendwie klappen. Wir müssen nur mal runter. Geh mal runter. Dann noch weiter runter. Hauptsache, wir kommen in den Gang. Es müsste eigentlich gehen. Wenn wir jetzt hier reingehen, sind wir dann unten? Sind wir dann in B1? Oh Gott, ist das verwirrend. Acht Minuten. Aber das ist... Müsst ihr mir verzeihen. Hast du dir so gedacht, ne? Mir meine wertvolle Energie wegzuschnappen. So. Ah, hier kann ich auch noch mal runter. Ja. Äh, und da auch? Äh. Jetzt bin ich doch da, wo ich gerade eben schon war, oder nicht? Jetzt laufe ich quasi wieder hoch. Ich will halt so weit runter, wie es geht eigentlich. Aber jetzt laufe ich ja wieder hoch. Oh, ist das doof. Dieses doofe, olle Wassergefängnis. Tut mir leid. Ich hätte auch einen Cut machen können und suchen können, aber... Letztendlich ist es ja das, was man sich fragt. 2F. Aha. Da komme ich zwar rein, aber... Uff. Dö, 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 dö. Das bringt mir doch wieder nichts. Das ist doch alles nur Schmuh. Schmuh ist das. Squatchy ist das. Ich gehe mal rauf. Das macht das Sinn. Jetzt fragt man sich doch... Jetzt haben wir das gedreht. Dann haben wir den Typen rausgeholt. Und dann habe ich halt den Fehler gemacht, wegzugehen. Aber wir müssen da irgendwie wieder hinkommen in den Keller. Ich werde jetzt mal echt tatsächlich einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Weg gefunden habe. Ich erkläre es euch dann, wie ich es geschafft habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. War gar nicht so schwer. Ich bin direkt da, wo wir zuletzt eigentlich einen Cut gemacht haben. Reingegangen nochmal an die Tür und habe mir das nochmal angeguckt mit den Löchern. Und man musste halt in die Tür gehen, wo man zwar in ein Loch springen kann, aber wo dann im Stockwerk darunter natürlich auch ein Loch ist. Und ich dachte, das geht nicht. Aber es hat geklappt. Und deswegen bin ich jetzt in drei Löcher gesprungen und bin dann unten wieder die gruselige Leiter hochgeklettert. Und jetzt sind wir wieder hier in dem gruseligen Guckraum, wo wir ja noch weiter hinauf müssen, damit wir den Schalter betätigen können. Und jetzt wird es natürlich knifflig, weil wir müssen jetzt uns irgendwie merken, wo der blutige Raum ist. Und der blutige Raum muss ja über den blutigen Raum sein. Ja, klingt einladend. Das ist egal, das ist wichtig. Ja, wir müssen das ganze Konstrukt drehen und dann uns den Raum merken. Aber ich weiß nicht, wie ich mir den merken soll. Man kann sich das hier vielleicht mit dem roten Button merken. Ist das der blutige Dings? Gibt es noch einen blutigeren? Ich glaube, das habe ich mich das letzte Mal auch gefragt. Wir gucken jetzt nochmal hier alle durch. Der sieht ja genauso aus. Okay, dann muss es noch einen noch blutigeren geben. Nee, der ist total sauber. Ach nee, komm. Nee. Ja, blutig, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn es hier in dem Stock überhaupt einen gibt. Hm. Ich glaube, ich muss einfach mal drehen. Dreh mal. Dreh das jetzt. Ja. Komm, rechts drehen. Mach mal. Wir machen jetzt mal hier zweimal rechts. Und ja, gucken nochmal. Natürlich drehen sich jetzt hier auch die Löcher, aber wir müssen es oben ja auch schaffen. Das kannst du mal bitte nochmal hinauf, weil da können wir ja auch jetzt drehen. Und vielleicht müssen wir das hier eher schaffen, hier zu gucken. Guck mal, das ist doch bestimmt der Richtige. Der da drunter hat sich jetzt gedreht. Und da ist auch ein Loch zum Reinspringen. Genau. Hier ist also blutig. Und da drunter muss es jetzt auch ein Loch geben. Äh, das ist jetzt da. Also wir sehen ja, wo wir stehen. Oh Gott, jetzt müssen wir das erstmal kapieren hier. Ja, ich habe mich ja gefreut, dass ich drum rumkomme. Wenn wir jetzt aber runtergehen, sieht man, dass da kein Loch ist. Und da muss ja ein Loch sein. Damit wir da durchspringen können, oder? Tja. Wir müssen aber auch da reinkommen können. Können wir aber. Okay. Da kann man, kann ja, ja, hier kann man, also in 3F kann man überall rein. Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass jetzt irgendwie verschlossen ist. Ähm. Da drunter muss es nur was geben. Dann gehen wir hier nochmal jetzt runter. Wir könnten natürlich hier auch drehen. Damit der da drüber liegt. Ne? Wir können ja hier auch nochmal nach links drehen. Dann haben wir jetzt doppelt rechts und doppelt links. So. Jetzt müsste der irgendwo hier sein. Ne. Habe ich mich vertan? Ach, wir haben ja nach links gedreht. Warte. Warte. Der war es aber nicht, ne? Hier. So. Jetzt ist es nämlich da gelandet. Der war nämlich vorher weiter noch. Nach links. Und da ist auch ein Loch. Aber die Frage ist, ist das jetzt das Richtige? Wird das markiert? Sind das die blauen, die blauen Matschpunkte? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen unten. Unten nochmal das anpassen. Und wenn man das hier so sieht, dann haben wir da auch kein... Unten ist kein Loch. 1F muss ich noch ändern. Wann ändert sich 1F? Öhöhöhö. Ich gehe mal hier runter und gucke mir das nochmal an. Also das muss ich jetzt erstmal kapieren. Nochmal. So, jetzt sind wir in 2F. Und müssen hier durchgucken. Ist das richtig? Ich meine, es ist blutig, aber ob das das Richtige ist, weiß ich nicht. Ist schön, dass das passt. Und genau da drunter ist aber kein Loch. Und da muss eins hin. Jetzt muss ich nochmal mir die Notiz durchlesen. Muss ich mal auf Escape hier. Und Notizheft. Wo steht denn das jetzt nochmal mit dem Überwachungsraum und so? Oh, Bericht. Ja, zum Schutz von einem Sturm, wo in einem Keller ist ein Hydroningeneratum. Und das Eckgeschossene Erfnis, wo sie beleuchtet müssen, die Lichtbeseitigungsrutschen. Da jede Stock, weil das Gebäude gedreht werden kann, können alle Zellen durch das Ausrichten der Löcher beleuchtet werden. Die regelmäßige Wiederholung dieses Vorgangs ist ein wirksames Minder, damit die Kinder weiter in Englangen. Oh, das ist schrecklich. Stimmen, wenn Sie den Griff in der Mitte, also. Wenn Sie den Griff in der Mitte des Zimmers betätigen, können Sie die Zellen leicht drehen. Sie können das Erdgeschoss nicht drehen. Also richten Sie den ersten und zweiten Stock anhand der Zelle des Erdgeschosses aus. Ach so, die das blutbefleckte Bett enthält. Ah, ach so. Ja, klar, logisch. Also, dann müssen wir uns unten orientieren. Ja, okay. Unten gibt es nämlich aber nur ein Loch. Ach, also 1F hat nur ein blutiges Zimmer. Aber wir hatten hier doch keins gesehen. Oder habe ich mich jetzt hier... Wir fangen mal links von der Heizung an. Müssen wir ja gar nicht. Ach, wir sind ja gar nicht unten. Ich dummerle. Ich dummerle. Und wenn du jetzt nochmal hinunter gehst, kannst du da auch noch gucken? Ja, ach so, ja. Ja, 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 ja. Wir haben hier ja nur zwei Löcher und hier sollen wir uns ja orientieren. Ja? Ja. Also, ja. Das ist schwer zu erklären jetzt, aber verstanden habe ich es eigentlich. Zwei Löcher. Anhand denen müssen wir uns orientieren. Jetzt muss ich nur noch eigentlich gucken, welches das Blutige ist. Das da. Alles klar. Okay. Und das ist das obere. Und die anderen müssen jetzt alle Löcher eigentlich nur noch dahin kriegen. Und weil da verschlossen ist... Ah, das ist doch gar nicht so schwer. Das ist doch gar nicht so schwer. Ach, Mensch. Komm. So, jetzt gehen wir mal hinauf. Und drehen den Spieß hier lustig herum. Die dumm. Denn wir sind in 2F. Da gibt es auch eine Rutsche. Aber. Aber, aber, aber. Wir nehmen das natürlich so, dass wir eine Tür nehmen, die auch offen ist. Die anderen sind nämlich zu. Richtig? Oder nicht richtig? Es ist doch egal, ob hier zu ist oder nicht. Weil wenn wir von oben durchrutschen... Aber können wir doch gar nicht. Können wir da durchrutschen? Ne, wir können doch nicht vom... Oder doch? Wenn wir vom dritten ausgehen. Oh nein, dann machen wir das mal anders. Wenn wir... Ich fang mal oben an. So, hinauf. So, und hier drehen wir jetzt nochmal. Drehen wir nach rechts. Das machen wir jetzt mehrmals, bis ich es dann habe. Wir haben hier immer nach links, links, links gedreht. Muss ich erstmal gucken, wie sieht es jetzt überhaupt aus. Denn wir können ja oben rein. Das ist ja kein Problem. Wir laufen dann nach ganz oben, gehen durch die Tür, brauchen da aber ein Loch. Also drehe ich einmal noch nach links. Oder? Damit das richtig ausgerichtet ist. Hauptsache da ist ein Loch. Und man kann durch. Durch die Tür gehen. So. So passt es doch. Ja. Da ist jetzt nämlich offen und da ist ein Loch. Da kann man durchspringen. Das kann ich jetzt also so lassen. Also ich weiß nicht, ob das richtig jetzt so ist, aber wir versuchen das einfach mal. So, jetzt sind wir im zweiten Stock. Wir brauchen eine Tür, wo wir durchgehen können. Oder brauchen wir es nicht? Wir brauchen... Da sind halt helle Löcher und etwas dunklere. Ich nehme mal lieber ein dunkles, weil das sind bestimmt die, wo man durchspringen kann. Das heißt, wir müssen eigentlich noch einmal nach rechts drehen. So, mach mal. Der ultimative Rätselpart. So, das haben wir jetzt gemacht. Können zwar nicht von außen durch, aber wir laufen einfach in den dritten Stock, springen oben durch, bleiben im Raum und springen nochmal durch. Und müssten dann eigentlich unten sein. Denn wir haben das jetzt an unten orientiert. Hinunter, bitte. Ist das richtig? Das ist richtig. Nein, nicht ganz. Doch. So, das hier müsste jetzt das blutige Ding sein. Ne? Jawohl. Wenn das der richtige Raum war. Hoffentlich war das richtig ausgerichtet. Da ist ja ein Loch. Ich hoffe, da kann man dann durchspringen. Wir versuchen es mal. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt klappt, meine Theorie. Hahaha. Hier wollen wir schnell weg. Und hier wollen wir raus. Wir wollen ja eh hoch. Jetzt muss ich hier an denen wahrscheinlich wieder vorbei, ne? War klar. War so klar. Naja, kickt mich weiter. Komme ich wenigstens voran. Und geh mal hier runter. Und ich will da eigentlich gar nicht hin. Ich will raus. Habe ich das jetzt doof gemacht? Moment mal. Komme ich von hier aus auch weg? Ne, ne? Ich komme nur hier... Oh, Mann. Oh. Das nervt mich doch so alles ab hier. Geh mal um. Ich glaube, ich bin voll idiotisch rückgelaufen, ja? Aber... Genau. Haha. Komm, ich hätte doch gleich durch die Tür gehen können. Ich dussel. So, dann gehst du hier raus. Dann bist du da draußen. Und jetzt müssen wir halt nach oben. In den dritten Stock, haben wir gesagt. Naja. So, Mama. Ist ja ein bisschen kompliziert hier alles gerade. Aber wir kriegen das schon hin. Bin ich jetzt im zweiten? Nein, ich bin... Ja. Im zweiten, aber ich bin in den dritten. So. Dritter Stock. Und jetzt... Kommt's. Wir laufen mal rechts rum. In die Viecher wahrscheinlich gleich rein. Kommen die jetzt hier gleich wieder. Schön, dass ihr mir hier von der Decke regnet. Oh. Hier muss ich rein. Direkt hier. Oh Gott. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. Jawohl. Ja, mach mal. Also das hat... Ja, super. Also, dass man hier durchspringen kann. Das war das, was ich mich fragte. Wenn jetzt unten... Blutiger Raum? Ja. Dann durch mit dir. Wo kommen wir denn jetzt an? Woanders, wo wir vorhin noch nicht waren. Yeah. In der Küche. Wunderbar. So, die sind weg. Und ich nehme mal an, dass wir jetzt hier den Code eingeben können. Hier ist auch noch eine... Da ist auch noch eine Tafel. Ja, die nehmen wir mit. Tafel der Wachsamkeit. Tafel aus der Wassergefängniswelt zeigt ein Auge und das Wort Wachsamkeit. Hey, ich habe das Rätsel doch noch alleine hingekriegt. Ohne Lösung und so. Wunderbar. Und was ist hier jetzt? Hä? Was liegt jetzt hier rum? Dideldumm? Ich weiß, dass da links... Ist das ein Schlüssel oder was, was hier liegt? Kannst du da was mitnehmen? Das sieht so aus. Hä? Da liegt doch was. Okay, er will aber nicht. Dann nicht. Willst du hier sonst noch irgendwas angucken? Wozu sind wir denn hier drin? Okay, wir können... Da... Da... Achso, guck mal. Da auf dem Tisch liegt auch sowas. Jetzt ist sie nicht mehr verschlossen. Achso, und dann sind wir wieder hier. Achso, okay. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal da rüber. Und dann sind die wieder da. Och, Leute. Verpieselt euch. So, lasst mich. Dann geben wir das jetzt hier mal lustig ein. Wir haben den Code ja bekommen gehabt. Es ist dunkel und ich kann die Tasten nicht sehen. Wie jetzt? Was? Oh, jetzt kann ich das nicht eingeben. Tja, ich werde jetzt hier mal den nächsten Part weitermachen. Sonst wird das echt zu lang. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.